Schützt ein offener Hosenladen davor, sich einen Wolf zu laufen? Und was ist das überhaupt? Mein Name ist Dr. Twermbold und ich räume auf mit medizinischen Märchen. Einen sogenannten Wolf kann man sich überall dort holen, wo Haut auf Haut oder Stoff auf Haut reibt. Der Fachbegriff für solche wundgescheuerten Hautstellen heißt Intertrigo, eine oberflächliche Dermatitis, also eine Hautentzündung. Schmerzhaft. Auuuu. Übergewichtige und Sportler holen sich ganz gerne mal einen Wolf an den Oberschenkeln, unter den Armen oder auch in der Leistengegend. Durch Feuchtigkeit, Schwitzen und Sekretstau quillt die Haut auf, was die Reibung verstärkt. Also die Idee, den Hosenladen zu öffnen, um den Schritt zu belüften, ist gar nicht so dumm. Es hilft immerhin, diese Gegend abzutrocknen. Allerdings reicht die Belüftung häufig nicht aus, um einen Wolf zu verhindern. Setzen Sie lieber auf enge anliegende Stoffe, die den Schweißgut abtransportieren, wie Radlerhosen aus Mikrofaser oder Viskose. Dann bleibt die Haut schön trocken und wenn, dann reibt nur Stoff auf Stoff. Wer im Sommer lieber keine zusätzlichen Schichten trägt, kann auch Vaseline auftragen. Es gibt aber auch extra Antischeuerschels. Und wenn Sie dann doch einen Wolf haben, dann sollten Sie diese Stellen schonen oder trocken halten und gegebenenfalls mit einer Wundsalbe behandeln. Ich sehe ihn raus, dass alle Wundersch Also in der Teste mit dem Schichten trägt. So, wenn Sie die Lichtreihe oder Viskolten nicht arbeiten wollen, wie es heißt, das ist ein Wunderschönen, Dann sind Sie Sie da nachdem,